Der Schlangenbiss. Das Dorf lag jetzt unmittelbar vor ihnen. Ein vertrauter Gruch von brennendem Holz stieg ihnen in die Nase, und über allem lag ein unsichtbarer Hauch von friedlicher Idylle. »Wie sind da«, sagte Rosenrunge ehrfürchtig und schob ein Farnblatt aus seinem Sichtfeld. Die Aussicht auf die Lichtung, die sich vor ihnen ausbreitete und den Blick auf dieses fremde Leben freigab, war ebenso überwältigend wie beängstigend. Sie blickten auf eine idyllische Siedlung, fernab jeglicher Zivilisation, auf eine Ansammlung von Hütten, die nur aus dem bestanden, was die Natur hergab. Die Behausungen standen in keinem Vergleich zu dem, was sie bisher auf ihren Reisen in den Indianerdörfern gesehen und sogar hin und wieder betreten hatten. Holz, Bambus, Blätter und Lian waren offensichtlich auch hier die solide Baugrundlage. Aber die Form der Dächer war fast schon westlich und passte nicht zurecht in dieses weitgehend unentdeckte Gebiet. Sie erinnerte an friesische Spitzdächer aus Reet. Zudem waren die Hütten nicht willkürlich angeordnet, sondern durch die freie Fläche einer fast geometrischen Schneise zog sich eine gerade Linie aus Hütten. Ich bin sprachlos. Hier waren wahrhaftig Profis am Werk, stellte Rosenrunge bewundernd fest. Die Anordnung der Hütten ist sehr außergewöhnlich, aber mit Sicherheit sinnvoll. Ich weiß noch nicht, in welcher Hinsicht. Vielleicht hängt es mit der Sonne zusammen. Was meinst du, Manni? Keine Antwort. Vielleicht hat es aber auch einen religiösen Hintergrund, dass sie ihre Hütten auf diese Art und Weise aneinanderreihen. Also Feuer haben sie immerhin schon mal, flüsterte Pedro und deutete auf die Rauchschwaden, die unmittelbar hinter der ersten Hütte Richtung Himmel zogen. Kommt! Lasst uns nicht hier herumlungern, sondern hineingehen in das Dorf. Wir werden gleich ohnehin eine Menge Aufsehen erregen. Pedro nickte zustimmend, und sie setzten sich in Bewegung. Bald erblickten sie auch die ersten Frauen und Kinder, die in dürftiger Bekleidung auf dem Boden saßen und mit Schüsseln, Früchten und seltsam aussehenden Wurzeln beschäftigt waren. Doch als sie die Männer aus dem Wald antreten sahen, erstarrten sie. So, jetzt ganz ruhig bleiben, Männer, flüsterte Rosenrung und verlangsamte seine Schritte. Es ist soweit. Sie haben uns gesehen. Manni, tief durchatmen. Es ist alles in Ordnung. Keine Antwort. Manni? Rosenrung drehte sich verwundert um. Ohne dass er es bemerkt hatte, war Säuling zurückgeblieben. Er stand am Waldrand und starrte regungslos auf das Dorf, als wolle er auf etwas oder jemanden warten. Georg spürte selbst über die Entfernung die Angst seines Freundes. Und Säuling hatte in der Tat Angst. Ihm war, als hätte jemand die Zeit eingefroren, und das schon seit dem Augenblick, wo er die anderen auf das Dorf zusteuern sah, als hätte sich eine unsichtbare Zeitgrenze um das Dorf gelegt, ein Ring, den er nicht überschreiten durfte. Die Zeit hatte ihre Augen scharf auf ihn gerichtet. Ein falscher Schritt, und die Falle würde zuschnappen und ihn zermalmen. Plötzlich war Schluss mit der friedlichen Idylle. Kinder, die gerade noch gespielt hatten, hielten inne und starrten die Eindringle mit offenen Mündern an. Die Frauen, die gerade noch mit vielerlei Gerätschaften hantiert hatten, sprangen schweigend auf, zogen ihre Kinder in den Armen und flüchteten in ihre Hütten. Der männliche Teil der Tokaoas hatte die stummen Alarmrufe schon längst gehört und sich langsam von allen Seiten herangepirscht. Bedrohlich hielten sie ihre Speere in den Fäusten. Ihre mit Lehmstaub rot gefärbten Körper zeigten nur allzu deutlich, was sie von den Fremden hielten. Ihre Kriegsbemalungen wirkten wie eine Kampfansage. Vielleicht war es aber auch nur ihr ganz persönliches Markenzeichen. Ein indianischer Modetrend, wie Rosenrunge immer zu sagen pflegte, wobei der Häuptling immer den Trendsetter gab. Doch Säuerling interessiert es nicht, ob die Menschen hier sich Teller in die Unterlippe einpflanzten, ihren Hals verlängerten oder aus rituellen Gründen andere Verunstaltungen ihres Körpers vornahmen. Auch ihre seltsame Körperbemalung wurde mit einem Male vollkommen nebensächlich, als er plötzlich Hände blitzschnell nach Pfeilen greifen sah, die in Bögen gespannt wurden. »Manni?« hörte die Stimme seines Freundes, doch sie klang wie aus weiter Ferne und er verstand auch nicht die Ruhe, die in Rosenrunge Stimme lag. Konnte Georg nicht sehen, in welcher Gefahr sie schwebten? »Verdammt, ich denke, die wissen wir, komm«, zischte Säuerling und versuchte trotz hämmerndem Herzen und aufsteigender Panik ein gewisses Maß an Kraft zu sammeln, nur für den Fall, dass er innerhalb von Sekunden zur Flucht ansetzen musste. Doch wie sollte man vor einem heranschnellenden Pfeil flüchten? »Manfred will nur Ferien machen«, die Stimme seiner Mutter erklang von weit her sanft und leise in seinem Kopf, wie in einem Traum, der sich mehr und mehr mit der Wirklichkeit verwob. »Er hat einen Onkel in West-Berlin, nicht wahr, Manni?« Und er hatte genickt, als der Grenzsoldat ihn scharf ansah, während der Lauf seines Gewehres halb links in Richtung Augenhöhe zielte. »Wer's glaubt, wird selig«, sagte der Soldat und tätschelte ihm den Kopf. Dann brach er plötzlich in schallendes Gelächter aus. Manfred hatte mitgelacht. Er fand es sogar urkomisch, dass der Soldat so herzhaft lachte. Er hatte überhaupt nicht gewusst, dass Soldaten mit Waffen in der Hand lachen konnten. Und es faszinierte ihn. Doch Mamas Blick ließ ihm das Lachen im Halse stecken bleiben. Noch nie hatte er in den Augen seiner Mutter so viel Angst gesehen. Selbst als sie die Mundwinkel zu einem Lächeln verzog und sagte, »Es sind Sommerferien. Was soll ich sonst so lange mit dem Bengel machen?«, wusste er, dass es an dieser Situation nichts zu lachen für sie gab. Der Soldat hörte auf zu lachen. Dann nickte er, ging ohne ein weiteres Wort an ihn vorbei und verschwand im nächsten Zugabteil. Das war am 8. August 1961 und sie hatten es geschafft. Sie hatten der DDR den Rücken gekehrt und hatten durch ein einfaches »Manfred will doch nur Ferien machen« überlebt. Aus irgendwelchen Gründen, die Manfred bis heute noch nicht klar waren, hatte genau diese Masche funktioniert. »Leute, ich will doch nur Ferien machen«, flüsterte Säuling auch jetzt und er fürchtete, jeden Moment den Verstand zu verlieren. Er registrierte, wie Pedro einem der Bogenschützen etwas in harschem Ton zurief, was dieser gleich mit einem erbosten Wortschall beantwortete, den Säuling mit aller Macht zu verstehen versuchte, aber letztendlich doch nur eines heraushörte. Hier waren sie nicht willkommen, zumindest er nicht. Das spürte er mit jeder Faser seines weißen Körpers. Ein Sperrträger schaltete sich ein und deutete dabei mahnend auf Säuling. Alle Blicke folgten dem ausgestreckten Finger, der sich auf den Mann richtete, der zusammengesunken dastand und nur noch flüchten wollte. Diese unverständlichen Laute, die die Tokaoas wohl Sprache nannten, verhießen einfach nichts Gutes. Und er, Manfred Säuling, verfluchte zum ersten Mal in seinem Leben den Tag, an dem er beschlossen hatte, Wissenschaftler zu werden und den Tag, an dem er das Rauchen aufgegeben hatte, ebenfalls. Als Ausdruck seiner Kapitulation spuckte er die Zigarette auf den Boden. Plötzlich ein Schrei. Auf den zweiten Schrei folgte ein dritter, und in dem Moment, als Rosenrunge ihn erschrocken anstarrte, fühlte er, dass der Fluch nun seinen Höhepunkt erreicht haben musste. Himmel, er hatte doch nur eine unangezündete Zigarette fallen lassen, und er wollte doch nur Urlaub machen. Fragend sah er Rosenrunge an, fast schon flehend, und flüsterte kaum hörbar. Was hat er gesagt? Rosenrunge schluckte, und es war ein harter und sorgenvoller Schluck. Er sagte, dass du dich nicht bewegen sollst, Muchacho. Wie in Zeitlupe hob er dabei die rechte Hand. Das war ihr spezielles Zeichen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, sich vor allem auf keinen Fall bewegen. Wieder dieses aufgeregte Rufen, wieder diese auf Säuling gerichtete Finger, und wieder dieses Zucken im Gesicht des Mannes, dessen grinsende Fratze Säuling bereits vorhin hinter Palmblättern hatte aufblitzen sehen. Aber diesmal grinste das Gesicht nicht. Es war vollkommen ausdruckslos. Nur der Speer lag sicher und zum Kampf bereit in den Händen des Mannes. »Willst du etwa mit ansehen, wie die Hackfleisch aus mir machen?« »Rosenrunge, jetzt tu doch was«, zischte Säuling, wagte aber nicht, sich zu rühren. Rosenrunge starrte ihn an, aus sicherer Entfernung. Es war ein Blick, den Säuling nicht deuten konnte. Doch Georg schien ihn förmlich anzuflehen. »Nicht bewegen!« Irgendetwas gab Säuling die schreckliche Gewissheit, dass hier etwas ganz und gar schief lief. Etwas, womit er, womit sie alle nicht gerechnet hatten. Und als Pedro plötzlich ein belegtes »Puta Madre!«, »verdammte Scheiße!« herausbrachte, verdichtete sich Säulingsvorahnung zu einer brennenden Gewissheit. »Puta Madre!« »Puta Madre!«, »nicht bewegen!« »Keinen falschen Schritt machen!« Manfred hatte die Bottrops Asper nicht bemerkt, die sich im Zeitlupentempo vor seinen Füßen räkelte und sich zunehmend durch ihn den 90-Kilo-Koloss gestört fühlte. Und Manfred bemerkte auch nicht, dass er im Begriff war, die Schlange mit einer falschen Bewegung zum Angriff zu reizen. Sie war eine wachsame Schlange. Vielleicht noch wachsam als alle anderen Schlangen ihrer Gattung. Erst vor wenigen Tagen hatten sie nur knapp dem Tatzenheb eines Jaguars entkommen können und war nun immer auf der Hut, dass sie ihr nicht noch einmal zu nahe kam und ihre Beute wegzuschnappen versuchte. Auch wenn sie das große Etwas vor sich nur verschwommen sehen konnte, sandte es genug Duftstoffe aus, um sie wissen zu lassen, dass es etwas Lebendiges war. Und weil es sich bewegte, konnte sie auch genauestens ausmachen, wo es sich befand. Und das war angesichts der Erschütterung im Boden eindeutig zu nah. Von einer auf die andere Sekunde richtete sie sich auf und züngelte angriffslustig ihrem Gegner, einem schwarzen, halbhohen Stiefel entgegen. Aus dem Augenwinkel heraus hielt Säuling diesen großen Bogen im Blick und er sah auch, wie dieser sich langsam spannte. Er spürte bereits das zielende Auge auf seinem Körper ruhen. Säuling hielt den Atem an. Wieso tat Rosenrunge nichts? Wieso tat Pedro nichts? Wieso sahen hier alle zu, wie man ihn hinrichtete? Nur weil er ein Weißer war? Puta Madre! Resigniert schloss er die Augen. Aber dann ließ ihn doch sein Überlebenstrieb wieder die Augen aufreißen und mit einem gezielten Sprung zur Seite Deckung suchen. Ein lautes Manni, nein! durchbrach die Stille des Dschungels und prallte an den Körpern der starrenden Gestalten ab. Dann herrschte für einen Augenblick wieder vollkommene Stille. Wütend züngelte die Schlange ins Leere. Ein Giftfaden löste sich von ihrem Zahn, vermischt mit einem Hauch von hellrotem Blut. Ihre Augen suchten konzentriert nach dem Feind, der ihr bei der Jagd in die Quere zu kommen versucht hatte. Sie konnte ihn zwar nicht mehr sehen, aber sie konnte ihn fühlen. Seine Bewegungen hatten einem Erdbeben geglichen, doch langsam kam der Boden wieder zur Ruhe. Sie hatte gewonnen, wieder einmal. Sie wartete noch ein paar Sekunden, bevor sie schließlich mit einem ärgerlichen Zischeln im Wald verschwand. Säuerling war unsanft auf den Boden geprallt, bevor er sich mit einer Seitwärtsrolle hinter den nächsten Busch abwälzte und zunächst regungslos liegen blieb. Er hatte sich die Schulter geprellt, so viel stand fest, aber da war noch ein anderer Schmerz. Ein brennender Schmerz, wie er ihn noch nie zuvor gespürt hatte, kroch wie loderndes Höllenfeuer von seinem Fuß langsam aufwärts in sein ganzes Bein. Was zum Teufel war das? Die Welt um ihn herum begann sich im Kreis zu drehen, und er war sich sicher, dass sich seine Befürchtungen bewahrheitet hatten. Der Bogenschütze war es gewesen, dieser kleine Mann mit den tiefen Furchen im Gesicht. Er hatte ihn mit seinen kalten Augen fixiert, seinen Pfeil auf ihn gerichtet und dann die Sehne gelöst. Er hatte Säuerling abgeschossen wie eine Beute. Aber warum? Wollten sie ihn wirklich lünchen, weil er ein Weißer war? Irgendein Teil in seinem Gehirn befahl ihm aufzustehen und seinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Und es war derselbe Teil, der ihn dazu zwingen wollte, den Kopf zu heben, um sich das Bein genauer genommen, die Wade anzusehen. Er sollte das Ausmaß der Verletzung prüfen und dem etwas in seinem Kopf Hinweise geben, wie eine erste Hilfemaßnahme auszusehen hatte. Aber Säuerling hörte nicht auf diesen Teil. Er reagierte nicht auf den Befehl, weil er wusste, dass alle Maßnahmen umsonst sein würden. Er würde sterben. Gleich würden sie sich alle auf ihn stürzen, um zu vollenden, was sie begonnen hatten. Es dauerte einen Augenblick, bis sich plötzlich ein verschwommener Schatten zwischen die Baumkronen und sein Gesicht schob. »Manfredo, amigo, puta madre!« Ein weiterer Schatten tauchte auf. »Alles in Ordnung mit dir, Georg?« »Ob alles in Ordnung ist?« Manfred lachte hysterisch, hörte aber sofort wieder auf, als sich noch weitere Schatten über sein Haupt beugten. Diese Schatten starrten auf ihn herab. Um richtig sehen zu können, nahm sie ihm das Licht. Sie nahmen ihm das Licht. Irgendetwas stimmte nicht mit seinen Augen. Seine Augen verweigerten sich seinem Befehl, ihm zu zeigen, was vor sich ging. Ein Unbehagen kroch durch seinen Körper, steigerte sich und schlug schließlich in Panik um. Er wollte etwas sagen. Er wollte schreien. Doch auch seine Stimme verweigerte sich seinem Befehl und es löste sich kein Ton aus seiner Kehle. Sein Hals verengte sich und ließ keine Luft zum Atmen mehr durch. »Puta madre!« dachte er noch. Dann verließ ihm plötzlich sein Denkvermögen. Schwarz-rote Leere hatte seine Sinne durchflutet. Er brauchte jetzt nicht mehr zu atmen. Selbst wenn er es gekonnt hätte, er wäre nicht mehr dazu gekommen. Irgendetwas hatte ihm den Boden unter den Füßen weggerissen. Und er fiel hinab ins Bodenlose. Kein Luftzug, keine spürbare Fliehkraft. Er fiel in eine körperlose Tiefe. Plötzlich spürte er ein gewaltiges Beben durch seinen Körper. Irgendetwas donnerte immer wieder gegen seine Brust und schien ihn fast zerquetschen zu wollen. »Verdammt, Manfred! Mach keinen Quatsch!« brüllte Georg, während er mit schweißnassem Gesicht den Herzmuskel des Freundes bearbeitete. Er hielt kurz inne, beugte sich tief über Manfreds Gesicht, immer noch keine Atmung. »Verdammt!« Seine Stimme bebte. »Nein, Manfred! So kommst du mir nicht davon!« Georg holte tief Luft und pumpte mit aller Kraft die Luft aus seinen Lungen in Manfreds Nase. Nach einer Wiederholung versuchte er erneut, verzweifelt Manfreds Herz so zu massieren, dass es wieder zu schlagen begann. »Atmet er?« fragte plötzlich eine weibliche Stimme. »Nein, verdammt, er stirbt!« keuchte Georg und bearbeitete weiter Manfreds reglosen Körper. Für einen kurzen Augenblick spürte er eine Reaktion. Ein leichtes, kaum wahrnehmbares Zucken durchfuhr Manfreds Körper und als Georg wieder seinen Kopf über Manfreds halb geöffneten Mund hielt, glaubte er, den leichten Hauch einer Atmung zu spüren. »Und?« rief die Frau aufgeregt. »Haben wir ihn wieder?« »Ich hab keine Ahnung. Doch ich glaube, er atmet.« »Das hier muss helfen.« Die Frau mit den braunen Augen und den langen braunen Haar riss hektisch eine Spritze aus ihrer sterilen Verpackung. Georg verstand nicht, wo sie diese so schnell hergezaubert hatte. Ohne, dass er noch fragen konnte, was sie tat, versank die Nadel schon in Manfreds Vene.